Guten Tag, meine Leute! Willkommen zurück zu Yoshi's Island! Im letzten Part haben wir ein Autoscrolling-Level des Todes gehabt und nun... Ich glaube, das Spiel wird uns sagen, dass wir bald tot sind. Naja, schauen wir mal. 6-6. Tiefgründiges Grauen. 6-6. Das ist nur eine 6, weg von 6-6-6. Ah! Was ist das für ne... Ist da was? Ich wusste es, dass da... Also, ich hätte doch fieseres erwartet, dass da irgendeine so ne Scheiß... One-Up... Kacke ist oder sowas. Oder nicht... Nein, nicht One-Up-Kacke, sondern äh... Fucking ne Blume oder sowas. Hätte ich den zugetraut, den... Bastards. Warte mal. Kannst du ihn wieder reinpflucken? Oh mein Gott, das geht sogar. Ich bin ein Genie! Ich bin ein Genie! I'm a genius! Ähm... Oh! Das hat mal einen Fall aufgefangen. Äh, darunter geht's. Da ist ein Roll-Ding, das sind Stegos. Ich glaube, ich weiß, wo das Roll-Ding hier für ist. Also, man kann das das Feuerball töten? Nein. Nein. Natürlich nicht. Das kann nie einfach sein, ne? Immer das Leben riskieren für... Oh nein, der... Zeige. Okay. Ich glaube, der rollt da unten einfach weiter. Nee, er ist diesmal. Hoffentlich brauche ich dich nicht mehr. Das kann ich auch so erledigen. Gut. Äh... Äh... Nein. Hotta-Tabotta... Ah, Schei-Gei-Geist. Schei-Gei-Gei-Geist. Geist, 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 geist. Da brauche ich ein Schlüssel, gebt mir den Schlüssel, den Schlüssel, den Schlüsselmesel, 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 Schlüsselmesel. Hatatapata, keiner rückt sich auf Verluste, scheiß auf Leben, YOLO, Hashtag, Hashtag YOLO, Hashtag YOLO, Scheiß auf alles, yeah, 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 Schlüssel, Steinjump, fuck, äh, ich glaube, ich habe mich hier halt ein bisschen verarscht, selber, nee, warte, okay, was ist das, ist das ein Labyrinth, oder wat? Training für das ultimative Labyrinth, oder, ja, ah, wo kommst du her? Äh, hi, flowers, yay, Sternis, ja, gib mir Münzen und Sterne, ich brauch sie anscheinend, okay, äh, einfach weiter durchbammen, das sind Geist, Geist, die man einfach in Iron verhandeln kann, was ist da rüben? Da, da, fuck, was? Kick, Punch, Block, Kick, Punch, Block, Chop, Chop, Kick, Punch, Block, Chop, 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 Job, Kick, Punch, Block was, warum machst du Kick, Punch, Block? Das ist nicht, nee, 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 what the hell, naa, da, 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 da 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 der da, da da Die NE one up was ist da eine blume und da ist ein sterne ich glaube in der tür ist etwas weil da ist meistens free to grab und eier was nein da komme ich nicht durch scheiße okay andere richtung muss ich also was geht noch nicht gesehen willst du mein kopf treffen heute nicht hat das gerade für ein epischer skill jump und was ist da wenn ich fragen darf es so lange darf ich fragen was geschieht hier das war wert nach was der olle wo bin ich hier irgendwie hier komplett kompust okay ich scheiß wohl auf die 100 prozent dann marschall und wieder mal verpiss dich der stil die die tag auch stirb ich sagte hoch blume und was soll über das blumen und münzen gut der brennt was soll es noch einer war brenne du doch auch noch da ich fange blog job 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 master onion ja da das ist wahnsinnig das ist sparta wahnsinn ok jetzt nicht denn sprung verkörper na ok schlüssel schlüpfschel schlüpfschel mal Was findest du lustig, Spiel? Findest du das lustig, wenn ich da die ganze Zeit rumskille und das Puzzle lösen muss Wie so ein King und dann, als ich denke, dass ich es fertig habe, kommst du und sagst Hatatavata, ist noch was, was du machata musst Hatatavata, ist ganz klar, ne? Ist ganz klar Ganz klare Scheiße hier, ne? Muss ich nochmal den Scheiß drücken? Ja, muss ich Ist toll Okay So Okay Okay, Spiel Ich weiß, dass das letzte Welt ist Aber man kann es auch über Arschloch Aber man kann es auch übertreiben Ich sag's dir als Freund, okay Äh Ich hasse es Äh, ja Let's go to the door Bitte sag ich, wo das Ende ist Level Ich will heim Äh Okay Das Level Das Level Das Level Aber ja Im nächsten Part, das Level. Bis dahin, auf Wiedersehen.